She's a lady Oh, 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 she's a lady Ist sie noch frei? Ich hätte gern ein Glas Wasser, bitte. Ich muss Geld sparen. Ich such nämlich meine Schwester. Sie wurde entführt. Entführt? Sie meinen... Von Männern, die heiße, weiße, Jungfrauen an Quattrillionäre mit Yachten verhökern. Ihre Geschichte rührt mich sehr. Bestellen Sie, was Sie wollen. Dann ein Club-Sandwich und eine große Portion Fritten, zwei Stück Kuchen. Wollen Sie auch Kuchen? Nein. Drei Stück Kuchen und eine Diät-Cola. Beeindruckend. Ich bin Trickbetrügerin. Schwester im Geiste. Ich wusste nicht, was für ein kleines Licht ich bin, bis ich dich getroffen habe. Penny, warum können Frauen besser betrügen als Männer? Weil wir das Vortäuschen gewohnt sind? Weil Männer nie davon ausgehen, dass Frauen klüger sind als sie. Ist das wertvoll? 500.000 Dollar. Ich finde es schön, weil es glitzert. Ich könnte der Partner sehen, der dir immer gefehlt hat. Bring mir deine Sugar-Baby-Masche bei. Bring sie das ins Gästezimmer, Gepäckfuzzi. Erste Lektion. Nichts ist für einen Mann verlockender als eine verletzliche Frau. Pass auf. Wow, du kannst auf Kommando heulen. Kannst du auch eine Träne runterkollern lassen? Oh, oh. Oh. Versuch du's. Hast du Verstopfung? Wenn du sein willst wie ich, musst du auf alles vorbereitet sein. Sie ist soweit. Ja. Wer ist das Ziel? Er ist ein Tech-Millionär. Milliardär, wett ich. Verhalte dich so unauffällig wie möglich. Platz da, bitte. Vorsicht. Ja, blinde Person will durch. Könnte diese Person mal rüberrutschen? Wäre das möglich, Sir? Sir? Männer unterschätzen uns immer. Und das nutzen wir aus. Ihr habt sie entwischen lassen. Der Trash-Look hat's gerockt. Lass den Tauben los! Sie meint die Tauben, oder? Keine Angst, Darling. Sie schießt miserabel. Das hab ich nicht erwartet.